willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ja ihr seht ich bin auf meinem rathaus noch rathaus sechsdorf es geht mittlerweile auf rathaus sieben ich muss noch ein paar mauern machen aber parallel läuft mein letzter oder überhaupt mein zweiter magierturm und ihr seht es hier links die beiden gekreuzen schwerter mit dem gelieferung es ist liga wir haben eine liga gefunden also unsere erste liga auch im free to play clan und lange nicht mehr gesehen häuptling wir haben es geschafft wir haben es in die kriegs liegen geschafft okay hier können wir endlich beweisen wie lange ist das schon her dass wir zu den besten clans gehören machen wir uns bereit ich kann ein paar tipps geben wie wir uns vorbereiten können okay zunächst einmal bestreiten wir einen kampf nach den anderen du kannst auf die schallflächen unten tippen und zwischen kriegen zu wechseln häuptling vergessen nicht truppenschwurm für den nächsten tag zu spenden jo das ganz ganz wichtig um an einen tag zu gewinnen müssen wir mehr sterne sammeln als der gegner okay jedes klang mitglied kann nur einmal angreifen die angriffe sollten wirklich wirkungsvoll sein wir brauchen erstmal etwas perspektive tippe auf die schaltfläche unten mache ich okay das ist unsere liga hier unsere saison hier kann man jetzt auch schon scrollen der clan den insgesamt die besten sterne bla wenn wir gewinnen können wir in höhere liegen aufsteigen okay und kriegen dann glaube ich auch etwas mehr medaillen tippe auf die schaltfläche um mehr zu erfahren da oben auf info hier sieht man also die kriegsliga kampfwoche punkte und klangliste und auch ergebnisse und was es für belohnung gibt wir sind in bronze 1 eingestiegen also nicht nicht mal in der kleinsten liga aber es gibt immerhin ein paar medaillen muss man ja fairerweise sagen okay die hat eine sache noch wir verdienen ligamedaillen mit stern und siegen mit den medaillen können wir einige sehr mächtige gegenstände kaufen okay du findest sie im shop einfordern wenn man hier auf einfordern geht dann krieg 1 der vorbereitungstag wir haben jetzt noch sechs stunden das startet hier also irgendwann mal nachmittags je nachdem wie lange die suche war es sind noch nicht alle burgen voll sehe ich hier und ich glaube unsere gruppe so wie ich das gesehen habe sie auch ganz gut aus also hier ist bis vier alles glaube ich runter und echt schon lange nicht mehr gesehen vor allem da hinten dieses tor mit dem schwert hat das habe ich glaube noch nie gesehen gut dass wir sowas gemacht haben hier auch mit der level 1 mauer da oben und ich glaube wir haben jetzt schon medaillen bekommen hier ja 50 medaillen bekommt man für für das abschließen des tutorials und ich werde euch auf jeden fall den tag kurz mal festhalten das heißt also wenn es hier losgeht fange ich auch an aufzunehmen ich würde sagen da machen wir mal einen riesengroßen cut bis in sechs stunden und jetzt muss ich mein mikro grad nach vorne holen sechs stunden später leute der doktor greift die nummer 29 an und ja das ist unser erster kampf hier der ck hat jetzt gerade vor so ein paar minuten und erst begonnen und das was das was das was das kann kassel scheiß hallseuber da hal zauber da aber kam zu spät der heiltzauber kam zu spät aber die luftabwehr geht noch down und der magierturm geht auch noch dauerung jetzt kommt noch ein paar los aus der klan book die sind aber auch optimal gesetzt hätte man direkt vor dem Bogenschützenturm machen sollen, denn er hat keinen weiteren Heilzauber. Und so werden das hier nullige Sterne, oder wird es noch ein Stern? Mal gucken, von außen kommen ja auch noch ein paar Loons, die können noch ein bisschen was machen und ein paar Bogenschützinnen. Okay, aber die Loons sind einfach ein bisschen zu low hier und werden das nicht schaffen. Könnte trotzdem ein Einsterner werden. Mal gucken, durch die Bogenschützinnen, die jetzt noch die Prozente außen raus scheffeln, aber der Minenwerfer wird ja gleich schießen, sobald sie in der Range sind und wird hier den kleinen Bogenschützinnen ausmachen. Aber ein Stern ist es erst mal geworden. Okay, ein Stern. Vielleicht gehen die da noch in die Mitte, aber das hilft alle nichts, denn der Minenwerfer wird jetzt alle plätten hier. Naja, ja wir sind jetzt gerade angefangen. Ihr seht das 23 Stunden 55, also unser Gegner ist, unser erster Gegner, soll aber angeblich nur unser erster Gegner so aussehen. Und viele sollen wohl auch offline sein oder nicht angreifen. Aber ihr seht's, wir haben es hier bockschwer. Der Heimdall ist schon Rathaus 8, okay. Und wo bin ich denn eigentlich so? Lela, 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 wo bitt der? Wo bitt die Lela? Ah, da ist die Lela. Auf 20 gelistet und ich müsste gegen die 20, wenn wir so auf uns gegenüber gehen. Ist auch ein Rathaus 6, Clanbook hatte auch. Eieieiei, das wird Brocken. Das ist ein ganz schöner Brocken, Leute. Da weiß ich noch gar nicht, was ich machen soll. Obwohl, ich weiß schon, was ich machen soll. Ich weiß schon, wie ich vorgehe. Gucken wir mal, das mache ich nicht im Stream. Oder? Könnte ich eigentlich im Stream machen? Oder? Ne, mache ich nicht im Stream. Ne, mache ich nicht. Mache ich das im Stream? Ich meine, ich habe 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 5, 10. Das ist auch nicht die optimale Besetzung hier, die ich gerade dabei habe. Soll ich den vielleicht doch gerade machen? Auf den hier. Der ist bockschwer. Der ist echt schwer, kann ich euch sagen. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich das machen soll. Hm. Ich muss mal schauen. Ich greife mal an. Ich wollte gerade sagen, oh, ich habe keine Helden. Ich habe gar keine Helden. Okay. So, gucken wir mal, was der in der Clanbook hat. Da muss noch ein bisschen mehr rauskommen. Okay, da kommen ein paar Magier raus. Oh, das ist schaffbar. Das ist schaffbar. Wir lassen hier mal ganz flockig einen Riesen laufen. Und nehmen jetzt 1, 2, 3 Magier. Und vielleicht noch 1, 2 von denen. Vielleicht brauchen wir noch mehr Magier. Na, wir brauchen nicht mehr Magier. Das passt so. Okay. Dann können wir hier mit dem Rest rein. Und wir heilen hier den Rest mal eben durch. Ich habe hier ein paar mehr Riesen dabei. So, wir gucken mal. Die sind da schon durch die Mauer. Da geht es auch durch die Mauer durch. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann sind da schon mal... Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Ich heile die hier nochmal durch. Die kriegen da ganz schön Feuer. Denn ich habe zwei Heiler dabei. Die müssen in jedem Fall irgendwie... Ah, da gehen sie jetzt schon mal zur Luftabwehr. Das ist super. Das ist gut. Denn dann kann ich gleich sicherlich meine Hox... Meine Hox... Ach ne, das waren ja die Riesen, die ich da raus hatte. Okay. Das waren die Riesen, die ich da raus hatte. Dann nehmen wir das mal so. Und hier unten muss aber die Luftabwehr jetzt sterben. Das tut sie jetzt gerade. Wunderbar. Und dann kommen wir hier nochmal rüber mit der anderen Luftabwehr. Meine Riesen müssen in jedem Fall überleben. Meine Riesen müssen überleben. Die Luftabwehr geht jetzt auf die da drauf. Oh, das ist nicht gut. Aber geschafft. Das sieht noch ganz gut aus. Hier außen. Da außen. Wir könnten jetzt eigentlich Glück haben. Aber wir haben jetzt auch nichts mehr was verteidigt. Haben schon mal einen Stern haben wir. Ah, der Minwerfer da muss kaputt gehen. Der Minwerfer muss kaputt gehen. Das geht ja auch. Oh, der Minwerfer. Der Minwerfer ist kaputt gegangen. Okay. Mein mag ja deiner Mitte. Der wird jetzt nicht mal weggeschoben vom Feger. Kann das sein? Ah ne, jetzt ist er weg. Oh, ne. Ah, wir haben den zweiten Stern. Okay, wir kriegen in jedem Fall den zweiten Stern durch das Rathaus. Also... Ah, was soll ich sagen. Sechs Zuschauer habe ich. Hurra. Sechs Zuschauer habe ich. Ich glaube, die Armee war ganz gut gewählt. Ich meine, war eine Maxed Out Base hier. Hätte man ein bisschen besser machen können. Aber erst mal zwei Sterne hier holen. Und dann haben wir die Liga sicherlich noch weit, weit vor uns. Ich habe jetzt den ganzen Nachmittag nichts gemacht. Ich hatte ein bisschen mit dem Account hier noch gefarmt. Habe so ein paar Mauern noch reingeholt für uns. Aber vielleicht Deffen war ja hier und da auch. Dann holen wir uns hier die Prozent noch. Also zwei Sterne sind uns schon mal sicher hier. Dann haben wir schon mal drei gemacht. Die anderen werden sicherlich heute auch noch angreifen. Ich werde nachher in den Livestream gehen. Der ist dann ja schon Geschichte für euch. Ihr seht die Folge ja erst am Montag. Und... Ah, guck mal. Ich bin ein Kriegsheld. Ich bin ein Kriegsheld. Hurra. Ja, jetzt werden die mich... Die anderen werden mich jetzt steinigen. Auch wenn ich jetzt gerade ein Kriegsheld geworden bin. Ähm... Verdiene zehn Sterne. Hurra. Naja. Egal. Wir haben es hier... Ja. Mal sehen. Zwei Angriffe, drei Sterne. Wie wir uns hier schlagen in der Liga. Angeblich soll dieses unser erster oder überhaupt unser erster Gegner sein. Der so ein bisschen anders ist. Oh, JJ hatte hier eine coole Base. Mal gucken. Elf auf elf. Gucken wir mal den Gegner an. Hat auch Clanbook dabei. Aber noch keine Drachen selber. Also der Rathaus 7 hat nur den King und noch keinen Drachen. Was haben wir so in der Clanbook? Ich hoffe, wir haben da auch coole Sachen drin. Ich weiß gar nicht. Da gab es auch hier ein bisschen Unstimmigkeiten. Aber wir haben da ein paar Riesen. Wir haben ein paar kleine Bogenschützinnen. Da gibt es ja jetzt kein Gift oder so, den der Kollege zaubern kann. Sondern muss jetzt... Oh, er zieht seine Magier nach. Keine schlechte Wahl. King noch mit hinterher. Und dann muss jetzt einfach die Verteidigung tun. Die müssen sich ja jetzt durch jede Mauer durchquälen. Der hat keine Mauerbrecher dabei. Und die Verteidigung muss das ja jetzt einfach reißen. Ein Rathaus könnte aber fallen. Hat auch... Ich weiß gar nicht, was der in der Clanbook hatte. Jetzt kommt die Clanbook raus. Okay, jetzt kommt die Clanbook raus. Das sind auch ein paar Bogenschützinnen. Oh, ganz schön viele sehe ich gerade. Und da hat aber ganz schön viele Riesenmagertüme. Die sind jetzt leider schon weg. Das könnten drei Sterne vom Gegner werden. Außen laufen die ganz gut. Auch noch die Riesen laufen noch ganz gut. Der King ist noch mit dabei. Und das ist ein bisschen zu wenig Defense hier. Für den Siebener. Okay. Also hat das nicht so funktioniert. Leute, wir brauchen Lunes in den Clanbogen. Oder wenigstens Drachen oder sowas. Dass wir so ein bisschen dagegen stinken können. Der Gegner macht hier die ersten drei Sterne mit einem Angriff. Okay. Müssen wir so hinnehmen. Was willst du machen? Ja, ich hatte so ein bisschen Mauern gemacht mit dem Account hier. Auch immer so, dass ich wirklich beide Almenen eigentlich verballere. Auch teilweise ohne Clanbook. Und dann einfach hier so ein bisschen Gold hole. Bei irgendwelchen Bases, die auch ganz gut sind und ganz nettes Gold für mich haben. Denn ich habe jetzt glaube ich noch knapp 60 Mauern zu machen. Die wollte ich in jedem Fall noch vor Rathaus 7 abschließen und nicht noch so ein paar Mauern offen haben. Nicht, dass die mich hier nachher abstempeln, dass ich hier ein Rusher bin oder so. Das will ich auf gar keinen Fall. 179.000. So, bei dem hätten wir eine Chance 100.000 Gold zu bekommen. Wir gucken, ob der eine Clanbook hat. Der hat keine Clanbook. Okay, der hat keine Clanbook. Dann können wir hier eigentlich mit unseren Riesen reingehen. Wir ziehen die beiden Heiler mal rein. Und ich heile die trotzdem durch, Leute. Ist mir immer ein bisschen sicherer, wenn die Riesen dort noch ein bisschen länger in Heil sind. Im Mauerbrecher gehen die in jedem Fall durch. 1, 2, 3, 8. Und die müssen jetzt erstmal gemütlich hier durchlatschen mit den Heilern vor allen Dingen. So, da gehen die jetzt gleich hoffentlich auch nach da. Ah, die gehen rum. Nein, die gehen rum. Warum geht ihr denn rum? Okay, die gehen da rum. Ärgerlich. Sehr ärgerlich, dass die da so rumgehen. Denn ich habe gedacht, die kriegen die Luftabwehr so ein bisschen eher, dass ich meine Magier hier rein bekomme. Beziehungsweise meine Luftballons hier rein bekomme. Ich lasse jetzt auch mal meine Truppen einfach ein bisschen mitlaufen. Die Luftabwehr wird ja in jedem Fall jetzt die Riesen dort machen, denke ich mal. Aber vielleicht lässt ja der eine oder andere Ballon doch noch ein bisschen was fallen, um ein bisschen Flächenschaden zu machen. Ja, machen sie auch. Okay, es sind noch Riesen dabei. Wir haben schon mal gewonnen. Zwei Sterne. Ah, das ist ganz gut. 67, allerdings nicht so viel Gold geholt. Ah, nicht so viel Gold geholt, wie ich jetzt gedacht habe. Aber 155, das sind wieder drei Mauern, Leute. So geht das hier voran. Ich wollte nicht mit Kobolden hier meine Sachen machen, denn ich wollte immer noch ein paar Pokale wenigstens holen. Wer knabbert hier noch. Ah, okay, der macht nur noch die Mauer da. Ich wollte noch ein paar Pokale holen mit dem hier. Sieht ganz gut aus. 10, 29. Jetzt kann ich nochmal nachbauen und habe erstmal alle Zeit der Welt. Wir gucken mal, was hier im Chat los ist. Wir brauchen definitiv starke Truppen. Ja, das ist jetzt hier die große Frage. Was wir... Safe 2 Toto. Ja, danke. Was wir in dem Krieg machen hier. Ob wir uns hier jetzt einen Spendenaccount reinholen, dass wir wenigstens etwas bessere Truppen haben. Ich habe aber gedacht, Leute, lohnt nicht wirklich, denn ob wir hier oben Max Loons haben oder nicht Max Loons haben gegen diese Gegner hier. Ich glaube, das ist echt Wumpe. Das macht keinen Unterschied, außer die Rathauser stehen außen. Das machen sie aber nicht. Guck mal, hier müssen wir als Rathaus 7 irgendwie was holen. Ist schon schwer genug. Ist sicherlich schon schwer genug. Aber wir werden das Kind hier schaukeln in der Liga, denke ich mal. Und 23 Stunden 45 haben wir noch Zeit. Vielleicht habt ihr ja schon ein bisschen mehr im Livestream dann gesehen. Könnt ihr mir mal reinschreiben, ob es gut war oder nicht gut war. Ich weiß es ja jetzt noch nicht, weil der Livestream ist dann auch ein bisschen in der Zukunft. Aber ich glaube, ich springe auch mal auf dieses Dorf dann drauf. Ich hoffe, die kurze Update-Folge hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen coolen Wochenstart. Und bis dahin, euer Toto Rathaus. Rathaus 7 danach, Clashed.